Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, mein Name, die aus dem Köpfe Kaffee. In letzter Zeit kamen öfters bei mir auch auf meinen YouTube-Kanal, der mir empfohlen wird, natürlich Themen zum Thema Ethereum, die nicht so üblich sind. Denn üblicherweise handelt es sich um so oberflächliche Themen wie ETF oder was passiert, wenn Ethereum gegen Solana antritt und so weiter. Ihr wisst ja, solche Themen, die tatsächlich größere Reichweite haben, weil die meisten Menschen wollen eben auch unterhalten werden und nicht nur auf YouTube gehen, wie auf Krypto-Kaffee und langweiligem Zeug sich reinziehen, womit sie sich weiterbilden wollen. Und tatsächlich hat auch schon der eine oder andere Deutsche angefangen, darüber zu sprechen. Und da habe ich gesagt, ja gut, du interessierst dich ja sowieso mehr für die technische Seite der Dinge und vielleicht lohnt es sich, da eine Sendung dazu zu machen, was bei Ethereum tatsächlich aktuell abgeht. Und deswegen die Sendung heute, was ist die Zukunft von Ethereum? Ich habe schon einiges in der Richtung gemacht. Auf meinem Kanal werde ich euch unten auch ein paar Sachen verlinken. Und natürlich auch alle Quellen, über die ich hier gesprochen habe, die sind natürlich auch für euch einzeln selbst nachlesbar. Es sind auch einige sehr, sehr gute Artikel dabei, die werde ich mir auch selbst ausdrucken und natürlich für den Urlaub mitnehmen. Legen wir direkt los. Also die Zukunft von Ethereum. Worum geht es bei dem ganzen Thema? Es geht darum, dass natürlich erstens, dass der ETF vor der Haustür steht. Man hat sich noch nicht so wirklich darauf geeinigt, wie man das Ganze dem normalen Volk verkaufen möchte. Bitcoin ist relativ einfach. Das ist praktisch digitale Gold oder das, wo man sein Geld drin parken kann, damit es nach ein paar Jahren in Millionen ist. Was ist aber Ethereum? Das ist ein bisschen schwieriger zu fassen natürlich. Der zweite Punkt ist natürlich, ihr wisst, Solana, da geht einiges ab. Und das ist natürlich auch deren Architektur geschuldet. Das ist alles eher wie so Unternehmen. Solana wird getrieben im Vergleich zu Ethereum, ist eher wie so eine größere Masse auf dem ganzen Globus verteilt. Ist natürlich viel, viel langsamer und träger, was die Schnelligkeit der Entwicklung angeht, und natürlich auch Produkte zu liefern. Und Solana hat natürlich letztens, in letzter Woche generell mehrere Sachen geliefert. Einerseits natürlich diese mehrere ETF-Anträge für Solana. Zuerst hat man gedacht, okay, Bitcoin, Ethereum, so ETF, danach kommt gar nichts mehr. Na gut, Solana steht tatsächlich vor der Tür. Zweitens natürlich diese Geschichte mit den Blinks, das ist praktisch, meine ich sehr, nicht sehr, Solana-Sachen überall auf jede Webseite theoretisch integrieren kann, ohne dass diese Webseite selbst tatsächlich für Web3 ausgelegt sind. Und dann die dritte Geschichte mit Solana-CK-Compression. Da hat sich auch eine riesige Diskussion drumherum gebildet. Ist tatsächlich eigentlich einfach nur so ein kleiner Gimmick, was technisch ist, damit die ganze Chain ausgelastet wird, wo es besser ausgelastet werden kann zukünftig, und noch mehr Durchsatz und natürlich auch geringe Kosten mit sich bringen kann. Ja, da passiert einiges. Und da ist natürlich, ihr wisst, Krypto, da geht es einfach um die Aufmerksamkeit. Und wenn natürlich andere Projekte oder Ökosysteme mehr Aufmerksamkeit bekommen, egal ob berechtigt oder nicht, dann muss man natürlich das eigene Ökosystem, aber in diesem Fall Ethereum ein bisschen, natürlich unter die Lupe nehmen, aber auch mal die Zukunft etwas genau unter die Lupe nehmen. Ist die Richtung, die wir aktuell eingeschlagen haben, noch die richtige, oder müssen wir uns etwas verändern? Der aktuelle Stand bei Ease, das sind die tatsächlichen Sachen und Fakten, die ihr auch selbst nachvollziehen könnt, ist natürlich unverändert. Ethereum mit den ganzen Layer 2, die drumherum sind, Ökosystem ist immer noch mit großem Abstand, auch mit mehrfachem Abstand vor Solana, das größte Smart Contract Ökosystem. Und natürlich auch die Plattformen mit den meisten Entwicklern, das sieht man einfach da dran, wie viele Leute für das Ökosystem entwickeln. Und vor allem ganz wichtig, man sieht da dran, wie viele Sicherheitsexperten im Ethereum-Ökosystem unterwegs sind. Wenn ihr mal bei Solana mal reinguckt, ich folge ja sehr viele solche Sicherheitsbexperten, und ich kann an einer Hand zählen, wie viele Sicherheitsexperten für Solana gibt. Aber bei Ethereum, das sind so viele einfach. So, und das Zweite ist natürlich L2. L2 ist seit zwei Jahren natürlich vor ihm kommen, und jetzt ist aktuell in diesen Saison schon fast wie 2021, damals so oft, wie neue Farms aufgepoppt sind, poppen heute die L2s auf. Das ist natürlich auch der Fakt geschuldet, dass wir aktuell schon mittlerweile diese Roll-Up-Architektur-Service-Provider haben, die einen sehr, sehr leicht machen. Du musst nur Geld auf den Tisch legen, du kannst innerhalb halber Stunde deinen eigenen L2 launchen. Was das macht, oder wie das läuft, da kümmerst du dich selbst drum, kannst du dich selbst einstellen, und die kümmern sich dann tatsächlich um die Hardware, Betrieb, Betrieb und so weiter. Und das sieht man auch an dieser Grafik hier, ganz klar. Was sehen wir hier? Das ist nämlich diese blaue Linie hier oben von Defi-Lama, nämlich die gesamte TVL in ganzen Ethereum, inklusive L2-Ökosystemen, und hier unten in dem roten, der ist vom L2-Beat, nämlich, ich habe tatsächlich auch im Maßstab mehr das angepasst, dass wir insgesamt fast die Hälfte der gesamten TVL mittlerweile nur auf L2 haben. Und wenn ihr diesen roten Bereich, zum Beispiel von dem blauen abzieht, dann hat sich eigentlich nichts verändert, was auf L1 angeht. Das heißt, fast alles an TVL, die wir seit zwei Jahren in das Ökosystem Ethereum hereinbekommen haben, ist auf L2. Das kann ich natürlich auch selbst bestätigen, denn ich habe natürlich schon seit Anfang an mein ganzes Geld, 2021 und so weiter, auf Polygon gehabt und danach dann nach und nach auch auf L2 geschoben. Ich war nie wirklich auf Mainnet unterwegs gewesen. Und das sieht man da dran, zeigt sich einfach die Nachfrage, beziehungsweise die ganzen User, die in den letzten zwei Jahren reinkommen sind, die wollen gar nicht auf dem Mainnet oder können sich das gar nicht leisten, aber es sind 40, 30, 40 Milliarden an Gelder, die einfach da sind, um das ausgegeben zu werden oder zumindest als Value Locked auf L2 platziert zu werden. Und das haben wir natürlich auch an der Stelle, wenn ihr jetzt auf L2 Beat guckt oder andere Seiten, sehr, sehr viele Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen, die einfach nur gelauncht sind, damit Leute dort ihr Geld parken oder ihre Punkte sammeln. Aber wirklich Daseinsberechtigung haben die nicht. Und dann haben wir natürlich noch ein großes Problem. Das heißt, vielleicht ein Feature, vielleicht ein Problem, weiß man heute noch nicht. Das ist nämlich vor ein paar Monaten, habe ich auch selbst gut überrichtet, diese Blobs Upgrade. Blobs Upgrade ist einfach dafür, dass L2s besser betrieben werden können. Erstens viel günstiger und zweitens an der Stelle nicht als Konkurrent zu normaler Ethereum-Transaktion stehen. Das kann man. Das ist, wie man sagt, Sidecar, so eine Art, ihr kennt ja diesen Motorräder mit einem kleinen Wagen neben anderen, wo drin noch einer drin sitzen kann. Das ist so ähnlich, wie Blobs. Das heißt, Blobs, egal wie voll die Ethereum-Chain selbst ist, mit Transaktionen, bleiben die Fees von den Blobs immer unabhängig davon. Da konkurrieren einfach nur alle anderen L2s miteinander, wer die Blobs füllen darf und da dort massig Platz ist, aktuell, noch nicht mal komplett ausgeschöpft, wir waren einmal kurz davor, das komplett auszuschöpfen, sind die Fees eben auch auf allen L2s sehr, sehr niedrig. Da habe ich mich tatsächlich auch verschätzt. Anfang des Jahres, im Januar habe ich gedacht, das wird dann kurzfristig runtergehen, danach wieder hoch und tatsächlich, mittlerweile sind wir schon seit drei Monaten im Bereich 1 bis 2 Cent, wenn überhaupt. Das ist auf jeden Fall gut, aber das heißt, auf der anderen Seite auch, wir haben jetzt in dieser Woche tatsächlich das erste Mal seit 19, nicht 19, sondern 2016, also seit fast 8 Jahren, 10 Stunden lang, ihr seht hier, 10 Stunden lang die durchschnittlich niedrigsten Fee auf Ethereum gehabt und das ist natürlich eine ganze, eine geschichtliche, ja sag ich mal, Prägnanz hat das und das zeigt auch, dass die Leute, die haben keinen Bedarf, selbst auch für Ethereum, wenn es günstig genug ist, wollen die Leute lieber auf L2 bleiben. Warum? Naja gut, es fühlt sich viel bequemer an, wenn du etwas machst und das ist sofort da, das Ergebnis. Probiert einfach Arbitrum, Optimism, im Vergleich zum Mainnet, da zerschickst du eine Transaktion ab, wenn du Glück hast, ist nach 10 Sekunden das Ergebnis da, aber wenn du Pech hast, wartest du 30, 40 Sekunden, bis das Ergebnis da ist. Das will kein Mensch, auch wenn es günstig, selbst wenn es genauso günstig wäre wie auf L2. L2 ist einfach das Benutzererlebnis viel besser als auf L1 und dann kommen wir nämlich zu dem nächsten Punkt, diese Ease-ETF-Geschichte. Ihr seht hier, ja, natürlich Bankless, eines der größten, die Kryptokanäle hat sich schon ausführlich damit befasst und das ist natürlich auch dieses Image-Problem. Was sind wir jetzt eigentlich? Ethereum, L2, ist das ein Internet-Computer, ist das ein App-Shop oder wie kann man das wirklich verkaufen? Man möchte natürlich auch, dass Leute, die sich nicht mit der Materie auskennen, in das Ökosystem reinkommen oder auf L2 kommen oder vielleicht sogar einen Token kaufen. Und das ist natürlich genauso wie bei Solana, genauso wie bei Bitcoin, eine Hürde oder ein Image-Problem bei Ethereum, weil Ethereum bislang immer dafür verkauft hat, aus dieser technischen und natürlich idealistische Sicht, nämlich wie Vitali gesagt hat, Ethereum ist ein Internet-Computer, dass dieser Fokus auf der Incredible Neutrality hat praktisch glaubwürdige Neutralität. Erzählt mal draußen jemand von glaubwürdiger Neutralität, die denkt, hä, hast du eine andere Waffe? Und jetzt will man halt davon wegkommen. Spielt gleich natürlich in die Geschichte hinein, die ich euch in dieser Sendung erzählen werde. Jetzt kommen wir natürlich, ja, der letzte Punkt, das ist, erkennt jeder, Konkurrenz ist, kommen jetzt von allen Seiten, gerade, wenn wir vor dem Bullenmarkt stehen, das letzte Mal im Bullenmarkt waren natürlich die einzige Konkurrenz, die wirklich als Smart Contract überhaupt da war, Cardano, die haben gesagt, bei uns, Smart Contract ist schon so weit, aber ihr könnt es nur noch nicht benutzen. In einem halben Jahr sind wir dann da. Und jetzt haben wir, natürlich, zum Beispiel Isolana hat man als Tod gesprochen, ist natürlich wiedergekommen und natürlich auch die anderen schlafen nicht, Avalanche, Phantom und Aptos, Sui, wie die alle heißen, die schnellen und natürlich die alten aus dem letzten Zyklus sind alle da, aber hauptsächlich Solana, Bitcoin von beiden Seiten. Bitcoin, viel, viel stabiler, viel mehr Leute kennen sich damit aus und die ganzen Bitcoin-Markt-Series vor allem und Solana, einfach nur Fokus, egal, Zentralisierung interessiert uns nicht, hauptsache, gute Produkte, viele Menschen, die es benutzen wollen, jetzt so schnell wie möglich USCC überall adoptieren. Das ist natürlich die Aufmerksamkeit, die von Isom abgezogen wird. Und wie gehen wir jetzt damit um? Das heißt, das Dilemma, das vor dem das Ökosystem steht, ist natürlich generell, das sind nicht nur ISE, sondern bei allen Ökosystemen. Wir haben unterschiedliche Parteien in einem Ökosystem, die unterschiedliche Interessen, auch Bedürfnisse verfolgen. Wir haben bei Ethereum eine sehr breite, sehr breite Masse von Endnutzer. Das sind sowohl natürlich reine Benutzer, so wie ich, dabei, natürlich auch die Meme-Coin-Trader, die von Chain-to-Chain springen oder von Airdrop-to-Airdrop springen. Und wir haben natürlich auch Langzeit-Investoren, die einfach nur den Token kaufen und halten. Das sind die Token-Halter. Und wir haben die Homestay-Card, da sind sehr, sehr viele Leute dabei, auch große Kanäle, die ich selbst sehr, sehr lange verfolge. Daily Grey ist eines der größten Maxis zu Ethereum, aber die bringen wirklich guten Content, auch solide in der Regel. Klar, ab und zu leistet er sich auch einen Ausrutscher. Diese Menschen sind natürlich auch gut als Gegenpol zu denen, die natürlich nur kurzfristig denken, und hey, Hauptsache Token gegen den Mund. Für den Zerch, der sagt, auch mir ist es egal, wo der Token liegt, Hauptsache ich kann dafür sorgen, dass das Ökosystem mit einer ideale Treue bleibt, nämlich diese Dezentralisierung, diese maximale Homestaking ermöglichen und so weiter. Und dann haben wir natürlich große Unternehmen, sind mittlerweile alle da im Ethereum-Ökosystem. Ihr wisst ja, auch der BlackRock hat seinen Bild gefangen, auch den L1. Wir haben natürlich Coinbase als eines der größten Kryptounternehmen und davon halte ich sehr, sehr viel und die haben natürlich mit Base gezeigt, dass es absolut möglich ist, richtig viel Kohle zu verdienen, noch nicht mal mit einem Token aus draus. Irgendwann kommt vielleicht ein Token, aber das zeigt einfach, es ist die Möglichkeit da. Da wirkt natürlich auch diese ganze Blotch-Geschichte hinein. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da auch eine gewisse, ja, nicht Druck, aber Einflussnahme von den großen Unternehmen dabei war, nach dem Motto, hey, wenn wir das Öko-Sinn fördern wollen oder können oder so schnell wie möglich nach vorne bringen wollen, brauchen wir die Blobs, damit wir massig viele Leute onboarden können. Wer hat das meiste davon? Natürlich die L2 selbst als erstes. Die kassieren ja die Fees. Da fließt nur minimal 10, 15 Prozent, wenn überhaupt ein Fees, durch diese Blobs zurück auf L1, auf Ethereum. Das heißt, das meiste kassieren nun mal die Unternehmen, die diese L2s betreiben, wenn die es schaffen, viele Leute zu onboarden. Wir haben natürlich auch die Market Maker, gehören auch zu den Unternehmen. Wir haben sehr, sehr sophisticated, ausgeklügelte Unternehmen, die tatsächlich an der Stelle einfach nur im Bereich Liquidität arbeiten und Liquidität bereitstellen. Es war typisch weiß, auch diese ganze Intents. Läuft alles auf Unternehmen im Hintergrund hinaus, die absichtlich bereitstellen Liquidität, damit die Leute bessere Benutzererfahrung haben. Benutze ich auch. Ist einfach so. Und wir haben natürlich die Betreiber, Infura und wie die alle heißen, Lido für Liquid Staking und so weiter. Und jetzt kommen auch Eigenlayer dazu, und Eigenlayer ist, habe ich damals in meinem ersten Video schon gesagt, Eigenlayer ist ein Enabler für noch viel mehr Unternehmen, die direkt auf Ethereum aufbauen, ohne sich die Bürde von einer L2-Infrastruktur wirklich ergeben zu müssen. Denn eigentlich ermöglicht ja gerade das, dass die vorhandenen Validatoren, wenn die wollen, da hinein opten können, um etwas mehr zu verdienen, mit ihren Sicherheit, die die sowieso schon für Ethereum bereitstellen und dafür eben bestimmte Services bereistellen, diese Active Validated Services, AVS. Und dann haben wir natürlich auch ganz normale Unternehmen, die weder Infrastruktur betreiben, noch Market Maker, aber eben in Form von Apps, Entwicklungen oder größeren Anwendungen in Gruppen, haben wir auch, die eben auf dieser Ethereum Blockchain, der WL1 als auch L2 aufbauen. Und letzten Endes natürlich, wenn die ETFs da sind, man vermutet, in den nächsten Wochen oder die nächsten zwei Wochen wird es soweit sein, dass diese ganze Trade-File Leute, die an der Stelle mit ETFs handeln wollen und natürlich auch ETFs bereitstellen, dass die, das sind die neuen Unternehmen, Anteile oder Beteiligten im Ökosystem. Wir haben eine große Gruppe EVCs und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Manche schimpfen die ganze Zeit über wie sie, ja, die wollen nur Werte extrahieren und so, aber ich sehe es eben, wie gesagt, zweischneidig, weil WCs bringen natürlich auch Entwicklungen und fördern in bestimmte Richtungen, denn die WCs begreifen mittlerweile, zumindest bei großen Institutionen, die Investitionen, dass es nicht nur auf Kurzfristigkeit rankommt, sondern dass, wenn man langfristig orientiert ist, arbeitet, sondern was hat Paradigmen gemacht, die haben natürlich auch diese Sachen hier unten empfohlen, werde ich gleich dazu kommen, aber Paradigmen hat jetzt mit einer langen Zeit nach eigenen Investitionen diese REs klein herausgebracht. In der ersten Version habe ich auch selbst darüber gesprochen, das ist viel, viel, was die Effizienz und natürlich auch Schnelligkeit angeht, besser als die bisherigen Client. Klar, es ist ganz neu, noch ganz wenige Leute benutzen das, aber ich kann mir gut vorstellen, dass REs demnächst als fünftes Client in dem Ökosystem richtig viel am Markt oder Segmente gewinnen kann und das ist eben wie es ist, das heißt Monetarisierung, klar, die wollen Geld verdienen, aber nicht nur kurzfristig, sondern es sind auch langfristige VCs dabei und deren größtes Problem ist natürlich, die sind immer, die stehen nicht immer hinter Isian Maxime, diese Idealisierung von Dezentralisierung und jeder darf teilnehmen und so weiter, jeder kann verifizieren und für den gilt einfach nur Geld zählt, kurzfristig, langfristig ist egal, aber die Ideale interessiert uns erstmal an der Stelle nicht. So, und dann haben wir natürlich die größte Partei, die letztendlich die letzte Entscheidung trifft, was soll ich in das Ökosystem rein oder nicht, was die Entwicklung angeht, niemand kann die forcieren, die ganzen Bitcoin-Markts sie haben vor ein paar Jahren darüber totgelacht, als die Leute gesagt haben, oh, die großen Leute, wenn die wollten, da können die einfach 100.000 oder Millionen Token kaufen dazu, bestimmen, dass das Ökosystem dann alles verändert, das geht gar nicht, weil es gibt kein Governance On-Chain für Ethereum, wenn die wirklich was verändern wollen, müssen die das durch Ethereum Foundation umsetzen lassen oder irgendwelche Entwickler, die genügend Macht haben, damit alle Validatoren auf der Welt diese neue Veränderung sich akzeptieren und deswegen Ethereum Foundation und da gibt es mehrere Stellen, beziehungsweise das ist wie so ein Zwiebel, von außen nach innen muss das durch sehr, sehr viele Hürden, damit eine Veränderung wirklich in den nächsten Upgrade hineinkommen kann. Dazu werde ich euch unten nochmal verlinken, vor ein paar Wochen habe ich explizit das Video zum nächsten Upgrade Pactra gemacht, da sind einige sehr interessante Sachen dabei, unter anderem auch für Staking und deswegen Ethereum Foundation, die sind natürlich auch nicht blind, das heißt, die machen, die haben ja nur das, woran die glauben und die lassen sich auch davon beeinflussen, was der Markt möchte, was der kleine Mann, aber auch was die VCs und Unternehmen möchte, das heißt, das ist tatsächlich die schwierigste Aufgabe, sehe ich an der Stelle, nämlich das auszubalancieren, was nach deren eigenen Meinungen das Richtige ist und das, was die meisten Leute draußen, sowohl Unternehmen als auch kleine Leute wollen. Kommen wir zum nächsten, ja, das ist nämlich die Themen, die uns jetzt aktuell interessieren, Precoms, Space Rollups, aber auch die Ideale, hinter die Ethereum Foundation, beziehungsweise Vitalik auch stehen und was tatsächlich alles herauskommt. Fangen wir jetzt mal mit den Sachen, woran man glaubt, man glaubt hat und das ist eben das Problem bei forschen. Du kannst dir mal das vorstellen, wie es etwa kommen könnte oder kommen wird, wenn man bestimmte Sachen ja so weit einrichtet oder in der Richtung das Vorprogrammiert hat, aber letztendlich, was dabei herauskommt, kann niemand vorher haben. Beim Merch, Proof of Stake Umstellung, hat man gedacht, okay, das wird schon alles gut gehen, was ist danach passiert? Na gut, da das die ganze Dinger über diese MV Bots gelaufen sind, MV Builder, die haben natürlich ihren Sitz hauptsächlich in den USA gehabt und die ersten, natürlich von Flashbots, das waren die ersten, die haben das Beste herausgebracht, haben natürlich Open Source gemacht, das haben die gemacht, die in den USA gesessen haben, haben das direkt adaptiert, haben angefangen, damit Blöcke zu bauen auf Ethereum-Custom und das war nämlich die Anfang, da war fast 90% Zensur auf der Ethereum-Blockchain gewesen, nämlich nach dieser OFAC-Liste. Mittlerweile ist es ziemlich stark runtergegangen, weil wir natürlich überall auf der Welt Builder haben, die auch diese Blöcke bauen und wir sind ziemlich gut eingependelt bei ca. 1 Drittel, 40%. Das ist auf jeden Fall etwas, was die Leute nicht erwartet haben. Das Zweite, hat man auch gedacht, okay, jetzt haben wir es geschafft, die Leute sind verteilt, die Builder überall auf der Welt, was haben wir hier? Wir haben wieder das gleiche Problem, nämlich die Spezialisierung und darauf läuft es immer hinaus, denn es geht um Geld. Für diese Sachen, diese Unternehmen, geht es um Geld und wer die meisten Hardware, die meisten Brainpower, die Leute dahinter stehen, die wirklich das Ganze verstehen und auch die besten Systeme bauen können, die verdienen eben das meiste und auf der langfristig verdrängen die halt die Kleinen, die eben das nicht so effizient bauen können. Das könnt ihr jetzt mal auf der Seite payload.de, tatsächlich eine deutsche Seite, sehr gut nachvollziehen, Echtzeit, wer dort die besten Timings hat, das sieht man da dran, das war Beaver und so ganz, ganz am Ende der Blackpairs kommen mit ihrem Proposal. Die lassen sich das meiste Zeit, soweit es geht, um die das meiste zu extrahieren aus diesen Transaktionen und Beaver Builder ist seit Längerem schon fast bei 50% und die drei großen Block Builder, das seht ihr hier, das sind externe Drittparteien, da hat Ethereum Foundation keinen Einfluss drauf, wie die arbeiten, wer die sind, wo die sitzen. Aber die haben sich fast den gesamten Markt aufgeteilt. Ihr seht ja die drei großen Titan, Beaver und R-Sync. Kann man hoffen, dass da mehr dazu hinkommen, die auch konkurrenzfähig sind, aber wird eben so schnell nicht passieren. Und dann haben wir natürlich das hier. Das war ein Sieg für die ganze Community in Ethereum gewesen, nämlich gestern war man bei über 80% gewesen. Was ist daran schlimm? Na gut, wir haben mehreren Clients, sowohl Execution als auch Konsensus Client und wenn ein Client natürlich eine Majority oder eine Supermajority sogar, dann ist es natürlich gefährlich, weil wenn diese Client irgendwo auch nur einen Fehler hat, niemand entdeckt hat und dann plötzlich mit diesem Fehler weiterläuft, dann ist die Chain theoretisch komplett falsch und die anderen können absolut gar nichts dagegen tun. Und das ist eben die größte Gefahr. Und da haben die durch Druckausübung auf Coinbase als eines der größten Staker und auch Validatorenbetreiber und natürlich auch die ganzen anderen großen Exchanger und Lido vor allem der größte Staking Service haben die geschafft. Von über 80% das Ganze runter auf 55% noch nicht mal als zwei Drittel Mehrheit. Das ist ja auch etwas, was eine große Errungenschaft des Ökosystems ist, dass man es schafft, an der Stelle durch sozialen Druck, Ausübung und durch Aufklärung der Unternehmen das Ganze hätte man nicht schaffen können ohne die Foundation, die Researches und so weiter und so weiter. Und dann natürlich auch sowas hier. Das ist praktisch dieses Arm und ETHON Arm lässt sich auf super Low Power so ähnlich wie Raspberry Pi Rock 5B betreiben mit nur gerade mal zwei Kerne. Das Ding hat noch sechs Kerne, die überhaupt nichts machen. Die haben das explizit so runtergeschraubt, dass es mit zwei Kernen alleine schon funktioniert. Das klingt einfach darauf, das ist eines der Ideale, dass die Serum darstellt. Okay, wir wollen, dass Leute, auch wenn die nur einen ganz kleinen Computer haben, wenn die nicht die Möglichkeit haben, den großen Rechencenter zu betreiben, dass sie es schaffen können mit kleinen Rechnern und natürlich auch mit diesen Decentralized Validator Services, dass sie damit dann insgesamt trotzdem validieren können und auch etwas verdienen können, wenn die wollen. Klar, man sagt, das ist sowas nicht nachhaltig, aber dass die überhaupt dahinter stehen, dass Leute dahinter stehen, das finden zu allem was gut. Jetzt kommst du zu den zwei großen Themen an, Pre-Comps und Base-Roll-Up. Das ist natürlich eine große Diskussionsrunde jetzt gewesen. Es gab viele Debatten und auch sehr, sehr interessante Podcaster dazu von sehr, sehr Leuten, die sowohl an der Entwicklung beteiligt sind als auch sehr viel Wissen darüber haben. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch mal sowas angucken und anhören wollt. Worum geht es? Das sind zwei Themen, die jetzt aufgekommen sind. Einerseits natürlich, weil es schon in der Umsetzung ist und zweitens, weil man natürlich begriffen hat, dass die anderen Ökos wie Solana und so weiter viel mehr Fokus auf die Endbenutzererfahrung legen und somit natürlich auch viele Benutzer bei sich ansammeln können. Das sind eben deren Stärke und da hat man gesagt, okay, wir müssen vielleicht von diesen Forschungssicht zuerst, alles andere danach, denn wir wollen alles perfekt machen, aus dieser Richtung ein bisschen abweichen in etwas pragmatischeres, damit die Leute eher zu uns kommen, weil bei uns sowieso das meiste an Liquidität schon da ist, weil die meisten Researcher da sind und das meiste Brainpower und die besten Apps vielleicht und wenn wir jetzt noch etwas ein bisschen mehr in Brise an Benutzerorientierung reinbringen, dann ist es vielleicht was gut. Worum geht es aber bei Precost? Man sagt, na gut, Ethereum, ihr wisst, das Problem, kaum einer benutzt Ethereum, weil wenn die Leute überhaupt kommen, denen ist es egal, L2 ist ja natürlich zentralisierter, aber es ist bequemer, es ist viel fließender, also benutzt man eher der L2. Wie kriegt man also dazu, dass die Leute trotzdem vielleicht auf Ethereum gehen, nämlich Precost? Das heißt einfach, ohne die Blockzeiten zu verkürzen, hätte man trotzdem die Möglichkeit, dass die Leute, wenn die Ethereum benutzen, innerhalb von 100 Millisekunden eine Bestätigung für jede Transaktion haben. Das geht nicht und weiter, alles muss angepasst werden, sowohl die Wallet-Architekturen als auch natürlich die Middleware und so weiter, aber das ist eine Entwicklungsrichtung und die ist ermöglicht, nämlich die eine, aber das, ja gut, funktioniert auch nur, wenn man eine weitere Zwischenschicht einführt, das sind die Precoms, das sind extra Services oder Validatoren, die an der Stelle, nämlich Comforts, nennen die sich, die erhalten praktisch die Transaktionen nochmal separat von allen anderen. Ihr wisst ja, diese großen Mempool, wo alle Transaktionen drin landen, da suchen die natürlich die Builder oder die Validatoren die entsprechenden Transaktionen raus, wenn die wollen, und bauen dann draus einen Block, das wo die am meisten dran verdienen können. Und mit der Precoms sagt man, die Leute verzichten auf diesen riesigen Mempool, das ist praktisch wie so ein Expressland, wie beim Flughafen, ihr wollt schneller rein, also einfach dort rein, ihr gebt einen minimalen Tipp on top, das ist praktisch das Geld, wo drauf die Builder, die Precoms verzichten, weil die können sich nicht mehr aus allen Transaktionen aussuchen, es gibt aber dafür eine kleine Schmalspur, wo die Leute möglichst schnell durch wollen, den kriegt man direkt, hier hast du die Karte, darfst du onboarden. Was da drin steht, wir können da nicht reingucken aktuell, wir können das nicht vergleichen, wir können das nicht MEV searchen, aber der bezahlt uns extra dafür. Das sind diese Precoms praktisch eine Zwischenschicht, die Leute geben den Leuten, also die Arbeiter geben automatisch den Leuten, die Transaktion abgeschickt haben, direkt am Anfang die Bestätigung, hey, deine Transaktion wird direkt von mir auf die Blockchain geschrieben, entweder in diesem Blog oder im nächsten Blog, das muss dich nicht interessieren, das geht rein, fertig, du bist durch. Du hast deine Bestätigung im Wallet, fertig, du kannst deine weiteren Sachen machen. Aber das ist eben eine Zentralisierung, denn diese Converse, Pre-Converse, die müssen ja von jemandem betrieben werden. Und damit die die Leute aber nicht ausnutzen, weil die können ja theoretisch sagen, na gut, nach zwei Blöcke habe ich doch keinen Bock mehr da in Transaktionen wie versprochen, einzugliedern, also lasse ich es. Dafür muss natürlich man die irgendwie dazu zwingen, dass sie es nicht machen. Reputation ist eine Möglichkeit, die Strafe, die müssen sehr, sehr hohe Beträge aufbringen als Sicherheit, damit sie sowas nicht machen. Und das lässt ja auch Eintritt, eine Eintrittsschwelle, damit überhaupt nicht jeder daran teilnehmen kann, sondern nur mit einem gewissen Betrag. Und wir haben natürlich im Hintergrund auch direkt in der Richtung schon Sachen wie PBS oder Entschrind PBS, das sind die Alternativen. Aber warum macht man die nicht? Das dauert viel, viel länger, die umzusetzen, das ist schwieriger. Aber man braucht kurzfristig eine Lösung, um gegen Konkurrenz anzukommen und mehr Aufmerksamkeit und etwas schnell zu liefern. Und das Ganze natürlich als Bedeutung für die L2 in Verbindung mit Base Rollup und AV1 natürlich nochmal viel, viel intensiver, denn gerade mit diesen L2-Geschichten zieht man ja auch Ethereum diesen praktischen Manpower oder User weg und da muss man etwas dagegen tun. Denn die großen Investoren, die auf Ethereum investiert haben oder in ihre Unternehmen investiert haben, die haben nichts davon, wenn die Fees runtergehen und die ganzen Staking-Produkte statt 3% oder 2% oder 1% abwerfen, weil die haben ja nur die Rewards vom Staking, nicht mehr die MEV-Fees, wenn kaum einer die Chain benutzt, das geht natürlich MEV zurück und das geht natürlich nicht. Man muss sich was einfallen lassen. Base Rollup geht auch ein bisschen in die Richtung, ist aber tatsächlich von Zentralisierung sogar ein Schritt weg. Warum geht es da? Ihr wisst, Sequencer. Sequencer sind praktisch so starke Computer, das ist einfach das, was hinter Optimism oder Arbitrum oder Base Stack. Das ist ein großer Rechencenter oder Rechenmaschine der sämtlichen Transaktionen bei sich verarbeitet, in Package packt und dann auf Ethereum runterzettelt. Deswegen sind die so schnell. Man hat ein oder zwei großen Rechner, die eben sehr, sehr machtvoll sind, statt Millionen Rechner überall auf der Welt verteilt. Dafür hat man die Sicherheit von Ethereum, denn die Daten werden letztendlich als gesicherten Daten auf Ethereum runtergeschrieben. Und Base Rollup heißt, sagen die einfach, na gut, statt Sequencer einen eigenen zu betreiben, denn da muss man natürlich einen Sequencer von Arbitrum oder Optimism vertrauen, machen wir das so, wir lassen die Validatoren von Layer 1, nämlich die Ethereum-Validatoren, wir lassen die die Arbeit machen. Und das heißt, wir machen trotzdem Rollup, die Transaktionen werden zusammengepackt und dann auf Layer 1 geschrieben, aber die Arbeit macht an der Stelle statt Sequencer spezialisierte L2 sollen das die L1-Dinger machen. Und was hat das für einen Nachteil? Vorteil ist natürlich, man hat tatsächlich an der Stelle mehr Dezentralisierung, denn gerade die Validatoren, die auf L1 sowieso unterwegs sind, die können dazu etwas dazu verdienen und haben etwas mehr Arbeit. Aber Nachteil ist natürlich, das ist etwas, was zusätzliche Rechenpower benötigt. Und wenn natürlich mehr Base Rollups kommen, und das ist ja das, was die Leute oder die Unternehmen fordern, hey, wir wollen mehr Base Rollup, das ist besser für Ökosystem und so weiter. Wir haben ja Taiko, ich habe Taiko auch selbst probiert, funktioniert, flutscht. Aber das heißt, diese kleinen Rock B, kleine Rechenmaschine ohne großen Power, die werden dann nicht mehr funktionieren für diese Base Rollup. Das heißt, da haben wir natürlich wieder auf der anderen Seite einen Zentralisierungsfaktor, mehr Last auf der Eidatoren und das ist natürlich das, was die VCs vor allem Paragnen, die sagen, hey, wir brauchen kürzeren Blockzeiten, wir brauchen mehr Base Rollups und so weiter. Ihr wisst schon, diese Interessensgruppen und natürlich auch das, was sie wollen. Was ist die Entscheidung? Die Entscheidung, die zwar extrem sind, natürlich, wir bleiben so, also das Eidatoren bleibt so, wie es bisher ist, nämlich Research First. Wir forschen erst, was das für Nachteile haben kann, wohin sich das Ganze entwickeln kann und so weiter. Natürlich alles nur Annahmen und auf historischen Daten basierende, praktisch Vorausberechnungen, da muss nicht immer so eintreten, haben wir ja oben gesehen. Oder man geht natürlich auf diese andere Schiene, das ist das andere Extreme, Solana, das heißt, wir verwerfen alles, was wir bisher aufgebaut haben, wir verkürzen die Blockzeiten, wir machen nur noch Base Rollups und so weiter und natürlich auch Precoms statt zu PBS und ePBS und dafür haben wir kurzfristig mehr Aufmerksamkeit, mehr Nutzergrößen, schnellere Wachstum und so weiter. Ich denke eher, dass es sich hierhin tendieren wird, denn solange, natürlich bei Ethereum Foundation, da gibt es ja auch alle zwei Wochen diese Meetings, wo jeder daran teilnehmen kann, als Zuschauer, da läuft es immer live auf YouTube, so ein Meeting und dass die da an der Stelle, man wird sehen, was die in den nächsten Packtry Upgrade integrieren werden. Ich gehe nicht davon aus, dass da Precoms reinkommen werden, aber dass es allein aktuell schon ein großes Forschungsthema ist, kann man davon ausgehen, dass vielleicht im übernächsten Upgrade oder so in der Richtung schon was gebaut wird. So, was bedeutet letztendlich für mein persönlicher Investment? Ihr wisst ja, Bitcoin, Ethereum und Solana sind die drei größten Positionen in meinem Portfolio und ich habe auch letztens in meinem Discord geschrieben, ich habe ein bisschen, ja, mit weiteren zwei Prozent von Bitcoin auf Ethereum geswitcht und mittlerweile ist tatsächlich bei mir die Ethereum-Position größer als die Bitcoin-Position. Erstens, natürlich wegen der ETF-Freigabe, ich gehe davon aus, dass da zumindest etwas Bewegung gibt, auch ein Spike vielleicht nach oben, nicht wirklich nachhaltig, das heißt an der Stelle, wenn überhaupt, werden wir ganz langsam Steigerungen von Ethereum gegen Bitcoin sehen. Langfristig werde ich an meinen aktuellen Aufteilungen nicht wirklich viel verändern, das heißt an der Stelle gehe ich davon aus, dass insgesamt dieser Hype am Precoms oder Baserollup auch nur eine Sache der Aufmerksamkeit ist, was schnell schwinden wird, aber langfristig werden wir sehen, wohin sich die ganze Entwicklung bewegt und Ethereum, ich hoffe tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, dass sie weiterhin dabei bleiben, auch wenn manche sagen, ey, da läuft Ethereum in die gleiche Falle hinein wie die Bitcoin früher schon, nämlich sich auf maximalistische, idealistische Sachen praktisch festzusetzen und dann eben die ganzen Hype und Trend zu verpassen. Ich glaube noch nicht mal, weil Ethereum ist das einzige Ökosystem mit Smart Contract, das heißt es befähigt tatsächlich die globale Finanzwirtschaft insgesamt drauf zu setteln und mit der Zeit, wenn man wirklich diese Base Layer so grundsolide aufgebaut hat, gehe ich davon aus, dass es langfristig fünf oder zehn Jahre sich viel, viel Potenzial hat, also etwas wie Solana, was sich schnell bewegt, zwar schnelle Produkte entwickelt und auch liefert, viele Menschen anzieht, aber nicht die in der Lage ist, wirklich so neutral und wirklich für jeden zugänglich, vor allem auch für Unternehmen und für Staaten so zugänglich zu sein wie so ein Unternehmen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die vermutlich eher in die Richtung tendieren werden. Wir werden sehen, lasse ich euch wie gesagt mein Pectra-Video auch mal drunter, darüber gesprochen. Und letztendlich natürlich auch die Links von den ganzen Bildern, könnt ihr auch selbst nachvollziehen, das sind ja Live-Daten und natürlich auch die ganzen Research-Artikel und einige sehr, sehr interessante dabei. Das war es auch schon heute von mir aus dem Crypto-Café für euch. Mein Name ist die E-Ca-Ca. Vielen Dank.